Aber Angela Merkel hat ja noch ein weiteres Problem, mit Horst Seehofer wird sie viel Freude haben. Seit heute Abend ist jedenfalls sicher, würde Merkel Kanzlerin werden, heißt das für alle deutsche Autofahrer eine neue Steuer, für die die Pkw fahren und vieles andere mehr. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese Äußerungen sind ja zum Teil auch alle sehr erwartbar an einem solchen Abend. Und deshalb versuchen wir jetzt ein bisschen für Abwechslung zu sorgen und zeigen Ihnen ein Porträt des Mannes, der zur CSU wieder zur absoluten Mehrheit verholfen hat und ihr damit so etwas vielleicht wie ihren Stolz zurückgeben konnte. Horst Seehofer. Wer ist der Mann, der seiner CSU die absolute Mehrheit und ihren Stolz zurückgegeben hat? Geboren ist er 1949 in Ingolstadt, ein Arbeitersohn.